Also, Herr Böttrich, guten Tag, guten Tag. Kannst du mir ein bisschen was erzählen, was das ist? Mein Warten. Einmal rein. Alles klar. Mal, mal. Jetzt geht's dir gut. Mach mal Dummheiten. Ja. Okay. Dann zeig mal, wie du läufst. Deine Mutter hat gesagt, ich fahrt in die Kur. Stimmt das? Ja. Und jetzt muss ich zeigen, wie man den Walker auseinander nimmt. Und habe ich dafür einen Karton mitgebracht? Ja. Und stecken wir dich da rein oder den Walker? Der Karton wartet schon auf dich. Dann verschicken wir dich in die Kur. Da ist der Karton. Sieht der gut aus, der Karton? Willst du noch mal eine Woche? Ich habe dir jetzt gerade gezeigt, wie man den Walker auseinander nimmt. Zeig mal, wie das geht. Kannst du das ein bisschen erklären? Wann komme ich denn wieder? Komme ich nochmal wieder? Ja. Ja. Sollen wir uns die Hand geben? Mach's gut. Du warst super. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.